hallo hier der axel mit der 14 folge von ja ja beim letzten mal haben wir die hässlichen puppen die sich immer hinter uns gestellt haben und ja wir haben davor auch so eine gedenktafel gefunden gehabt und ich habe schon wieder im warteraum irgendwann ist so meine hoffnung passiert auch etwas in diesen warteräumen das wäre schön das sind ja das nicht so umsonst wir haben einen schnüffel und eine karte uski to open the door and get a ceremonial candle auch nur kennen könnten wir hier so als die monate habe ich jetzt drückt gehabt aber ich brauche erst mal überhaupt eine kerze ich muss jetzt erst auf der ist meine kerze findet warum kann ich nicht das so verstehen es sollte eine weitere dazu kommt gut das können wir ja ruhig machen hier eine kerze steht es hat schon wieder so gestellt ach so das steht immer auf der hockseite ok ich habe mich zwischen hier gut immer scheint ok es war eine offeneinsel der sohn sein das problem ist ich habe so lange also nicht mehr so aktiv hier englisch gelernt gelesen was auch immer und guck ist natürlich das immer aktiv zu nutzen aber dazu bin ich in den letzten monaten überhaupt nicht mehr gekommen und deswegen jetzt schon ein rostet ja auch vorher ist nicht so aktiv genutzt hätte seit was dann bitte das hätte ich jetzt nicht da nicht schwingen war nichts weiter nicht schön ist nur diese gerden gefüllt mit eleganten oder wunderschönen oder übertriebenen blumen und ja früchte halt ich will ja vieles ist einfach weg und bäume gefüllt mit also ich glaube geschnittenen oder was auch immer früchten die wirten das land und an den goldenen also dem strand also wahrscheinlich kreislauf oder was auch immer gott last sorry wenn ich hier jetzt hier nichts richtig übersetze und ich ehrlich gesagt ich habe es auch überhaupt keine großartige geduld dafür das ist uns auf wo man den zingern also tanzen die tasse der figuren war das wie von job also kann man wann somit kollegierten ja kleidung und und das hat von dem frauen mann deckelt mit lotus blüten wahrscheinlich merken sie seite of it more special denn die gott also das sei jetzt speziell aus als er sich hätte träumen lassen so seine art so ja ich bin eigentlich total eingerostet aber ja sowas hilft ja dann wieder ein bisschen und jetzt ist jedoch mehr wo ich habe das vorher nicht wahrgenommen aber ich bin eigentlich der meinung das war doch gar nicht da gewesen so ich brauche kerzen gibt es hier irgendwo kerzen kerzen seid ihr und von hier will ich hier kommen richtig ach so wieder so neidexe das habe ich das jetzt beruhig da steht wieder was das und die wunderschöne insel war kein paradies das war unheimlich reserviert okay das war unheimlich ein unheimlicher platz und ja wo halt menschen leiden und also gepanisch tun ich habe jetzt nicht die richtige versetzung dafür im kopf das ist das nächste das ist das nächste ich weiß vieles halt hier oder da oder was auch immer auch so aber kann es halt nicht so ins deutsche übersetzen das ist ja ich bin einer dieser leute die mehr verstehen statt sich darin artikulieren oder beziehungsweise das über richtig übersetzen zu können und machten sind ja trotzdem ist es auch wieder etwas was mir zwar geläufig ist aber dass ich nicht in die übersätze und deren eltern die in denen die form von ja leid zu führen oder töten also tut mir leid dass ich weiß die übersetzung jetzt schrecklich so aber ich glaube das kann man so ein bisschen aus dem kontext rausholen das ist dann plant platz ist das halt ja voller leid ist ich komme gleich zu euch ich sag's euch und dann passiert hier noch was was hat steckt das nicht das waren weitere zettelchen aber was soll das jetzt mit diesem das ist so eine lüte spielte wahrscheinlich nicht ein lotus bieten die die frauen haben ihren harten sind und wie es ihm war wieder was da sei es jetzt überhaupt nicht was das heißt die blumen an ein schweres eingravierten zirkularen schaffende ich das noch richtig im koffer und dekorierten im kopf der gerade erneut die es muss sich bekämen es hat ich bekämen es hat ich bekämen es sind der alles mit menschen also die man so wollen zum menschen weil sie menschen sind oder so ach keine ahnung und der sind okay once parents lift the souls scattered also meisterachtens aufspalten und mangled the body to become a parade once ja ähm kann das sein dass es auch hier sowas wie aufvergabe ist oder so und ja egal so weiter wer sich übersetzen kann bitte das ja aber ich glaube ich werde den zugebertastung die Zeit sein lassen weil ich habe das kleid ist nicht mehr im kopf hi und ihr seid hier weil zur information geteiter äh geteiter okay ich hab's fucking candle ich hau ab das wird so viel ich muss ja nur jetzt ganz schnell hier hin und hoffen dass da dieses viel nicht kommt ich hasse alles so wenn jetzt hier noch kommt noch hundenfeuerzeug dann hasse ich alles leidserkennt ja cool ähm kann das anders schon wieder ähm ähm hallo hallo hi ich glaub das hat mit den zetteln zu tun da hier durch jeder daran ist die sie macht das mich durch heil auch schon zurück okay und was heißt der sinn der herzen sache scheiße okay ich hoffe ich kann jetzt hier einfach und so durch das wäre das wäre einfach toll da war nichts weiter oder ich geh dann einfach mal hier aber natürlich hä ach so dann da macht er wieder zu okay okay verstehe das ist wieder dieser automatismus das ist typisch so kann man hier noch und hat das machen hier sind ja nur dieses zettel und diese wieder und das war's wo soll ich hin wo soll ich hin spiel geben auch hinweise wo ich hin soll hier soll ich nicht hin soll ich zurück nein soll ich hier ich erfahre einfach mal das ist jetzt richtig game saved ja sehr schön die minute haben wir noch oh was haben wir hier als ich putze der Lotto also ich hoffe das ist jetzt noch ich glaube ich habe heute auch nicht wirklich die konzentration dazu mir das zu übersetzen ähm warte mal ich mach mal hier nur kurz ein timer aus dann kann ich da noch immer noch ein timer wieder anscheiden äh als ich putze der Lotto unter das hat es ist schulden das schocken äh der bleist es ist es skulls cutting und digging in zu 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 ist das denn Mach doch mal ein bisschen hin. Moment. Nein, ich mach jetzt hier nicht. Ja, wenn wir das schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Daxi. Ja, dies war es von der 14. Folge von Ara, ja? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und sorry, dass ich hier das dann zu eingeschränkt, nicht mehr irgendwie durchbekomme. Oh Gott. Tut mir leid. Ansonsten... Ansonsten kann ich ja gucken, dass wenn das nächste Mal ist, für mich schwer zu besetzen ist, dass ich einfach nochmal so aufhinein gucke. Ah, okay, was war welches Wort nochmal? Ähm, ich glaub, das ist dann auch eine Variante, die hoffentlich annehmbar ist. Ähm, ja. Ich glaub, es hat euch, wie gesagt, trotzdem gefallen. Alltagselber. Bis dann. Bis dann.